Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Bei der Firma Kögel dreht sich alles um Trucks, allerdings um den hinteren Teil. Herr Warmeling, was genau produzieren Sie denn? Ja, wir produzieren Trailer. Kögel ist der drittgrößte Hersteller in Europa für Sattelauflieger. Wir produzieren Sattelauflieger in den unterschiedlichsten Varianten. Ja, bei einem hat sich da gerade hinten schon was getan. Also der Kollege zieht das nun seitlich auf und zu. Das ist aber nicht die Innovation, oder? Doch, wir sind hingegangen und haben gesagt, wenn du als Fahrer dich im Leben glücklich machen willst, was würdest du dir wünschen, wie so ein Trailer aufgebaut werden kann? Und diese Entwicklungswünsche, die haben wir bei uns in die Produktentwicklung mit reingenommen. Und daraus ist zum Beispiel dieser Fast Slider instan. Das heißt, eine einfache Öffnung des Aufliegers, Öffnung und Schließen, gewichtsoptimiert. Vom Handling her halt eben so, dass wir das Leben des Fahrers einfach einfacher und besser machen. Das finde ich eine klasse Herangehensweise. Jetzt haben Sie hier noch einen Trailer, da ist kein Aufbau drauf. Genau, das ist das Container-Chassis für den Hafenbereich. Im Container-Bereich geht es sehr stark auf Gewichtsoptimierung. Wir liegen hier wirklich gegenüber dem Wettbewerb auf einer Top-Schwelle. Und das wird von den Kunden akzeptiert und auch sehr gut angenommen. Spannende Sachen. Und oben drauf kommen die Container. Sehr gut, vielen Dank. Danke auch.